Andreas Marquardt und Philipp Bargus Wir schaffen das alleine Einleitung Teil 3 der Reihe zur Lösung der Probleme des aktuellen Systems ist das Buch Wir schaffen das alleine von Andreas Marquardt und Philipp Bargus Hintergrund Die Zeit der Nationalstaaten scheint in Europa ihrem Ende hinzugehen. Andreas Marquardt und Philipp Bargus sehen in naher Zukunft nur die zwei Möglichkeiten, sich dem Zentralismus im Sinne der Vereinigten Staaten von Europa hinzugeben oder sich auf die europäische und vor allem deutsche Tradition der Kleinstaaterei zurückzubesinnen. Der beschlossene Brexit im Jahr 2016 gibt den beiden Autoren die Hoffnung, dass einer zunehmenden europäischen Integration entgegengewirkt wird und weitere Sezessionen folgen. Es sind vor allem große Staaten, die einer freien Marktwirtschaft, Frieden und Freiheitsrechten entgegenwirken und deshalb sind aus einer liberalen Sicht große Staaten abzulehnen. Kleine Staaten hingegen können nicht so viele Probleme verursachen und sind daher im Sinne des Liberalismus, großen Staaten vorzuziehen. Über das Werk In ihrem Werk Wir schaffen das alleine begründen die beiden Autoren Marquardt und Bargus vor allem theoretisch, teilweise aber auch mit empirischen Belegen, warum es für die Zukunft Europas viel besser ist, wieder in einem politischen Flickenteppich als zu einem einheitlichen Staat zu werden. Sie zeigen auf, dass die Kleinstaaterei kulturelle, persönliche und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt und langfristigen Frieden gewährleisten kann. Über den Beitrag In diesem Beitrag werden die Hauptthesen und Argumente von Marquardt und Bargus für die Kleinstaaterei vorgestellt. Marquardt und Bargus Ansatz Im Gegensatz zu Millenö und Gebel befürworten Marquardt und Bargus zur Lösung aktueller Probleme nicht ein neues und unerprobtes System, sondern ein altes, historisch erfolgreiches. Sie wollen die Tradition der Kleinstaaterei wiederbeleben. Marquardt und Bargus verfolgen dafür den Ansatz, größere und kleinere Staaten von einem theoretischen Standpunkt aus zu vergleichen und arbeiten dabei heraus, dass kleinere Staaten in wesentlichen Punkten den größeren Staaten überlegen sind. Vorweg betrachten sie die Unterschiede zwischen der Europäischen Union und Europa. Sie stellen dabei vor allem fest, dass die EU und Europa zwei gänzlich verschiedene Subjekte sind, die EU sogar uneuropäisch ist. Alles, was Europa groß gemacht hat, findet sich ihrer Ansicht nach in der EU nicht wieder. Sie folgen dabei dem Historiker Ralf Reiko und dem Soziologen Erich Wede in ihren Analysen, dass Europa zwar zivilisatorisch durch einen römisch-christlichen Ursprung relativ einheitlich sei, jedoch die zentrale Erfolgsbedingung von Europa in den vielen kleinen, voneinander unabhängigen und miteinander rivalisierenden Fürstentümern, Königreichen und Staaten lag. Konkurrierende Mächte und Rechtssysteme haben die europäische Vorherrschaft über die Welt ermöglicht, nicht Zentralismus wie in China oder der islamischen Welt. Mehr Europa zu wollen, heißt weniger EU zu wollen. Handlungslogische Analyse Bevor Marquardt und Bagus ihre Thesen aufstellen, anhand derer sie begründen, warum kleinere Staaten besser als größere Staaten sind, erklären sie die Grundlagen ihrer Analyse. Wenn die beiden Autoren große und kleine Staaten miteinander vergleichen, dann analysieren sie dabei bottom-up, also ausgehend von einem Individuum und nicht der Gesellschaft. Sie berücksichtigen damit die subjektive Wahrnehmung und Fehlerhaftigkeit des Individuums und lehnen es gleichzeitig ab, wissen zu können, was für andere Menschen am besten sei. Für ihre Analyse argumentieren Marquardt und Bagus zudem in der Tradition der österreichischen Schule der Nationalökonomie ausgehend vom Handlungsaxiom der Mensch handelt. Sie betonen, dass das Handeln des Individuums geleitet wird von seinen Wünschen und Zielen sowie die ihm zur Verfügung stehenden Mittel einschließlich seiner Zeit. Um sich also für oder gegen eine bestimmte Handlung entscheiden zu können, benötigt das Individuum entsprechendes Wissen und Informationen über seine eigenen Wünsche, Ziele, Mittel und Zeit. Das gesamtgesellschaftliche Wissen über diese Aspekte ist damit grundsätzlich dezentral organisiert. Im weiteren Verlauf des Buches stellen sie ihre Thesen vor. Stabilität von Staaten Die erste These von Marquardt und Bagus lautet, dass kleine Staaten stabiler sind. Ausgehend vom Handlungsaxiom erläutern Marquardt und Bagus im Sinne Hayek's weiter, dass das dezentrale Wissen unmöglich von einer zentralen Stelle gesammelt werden kann. Der Staat maßt sich daher Wissen an, über das er faktisch nicht verfügen kann. Der kleine Staat ist jedoch bei diesem Informationsproblem dem großen Staat überlegen, da er eine kleinere soziale Einheit bildet. Die Gesamtheit aller notwendigen Informationen, Wünsche, Ziele oder Mittel, lässt sich umso schwerer erfassen, je größer die soziale Einheit ist. Angefangen beim Individuum, welches auch nicht über alle notwendigen Informationen verfügt, über die Familie, Nachbarschaft bis hin zum Staat, wird der Informationsverlust immer größer, je größer die soziale Einheit ist. Damit wächst auch das Maß an Anmaßung von Wissen, was schwerwiegende Fehlentscheidungen wahrscheinlicher macht. Die Interessen von Personen lassen sich umso schwerer miteinander vereinen, für je mehr Menschen eine Entscheidung getroffen wird. Dadurch sind bei großen Staaten Fehlentscheidungen wahrscheinlicher und verheerender als bei kleinen Staaten. Dies gilt sowohl für das kulturelle als auch für das wirtschaftliche Leben. Kleine Einheiten sind somit nicht nur stabiler, sondern auch trotz Skaleneffekte effizienter. Bürokratie von Staaten Die zweite These von Marquardt und Bargos ist, dass größere Staaten bürokratischer sind als kleinere. Sie werden durch eine Bürokratie gesteuert, die entscheidet, welche Mittel wohin gelangen. Marquardt und Bargos argumentieren, dass größere Staaten eine vergleichsweise größere Bürokratie haben, weil das System durch eine zunehmende Größe auch zunehmend komplexer wird. Das macht mehr Entscheidungen notwendig. Mehr Entscheidungskompetenz führt zu mehr Bürokratie. Eine Bürokratie ist allerdings nicht flexibel. Flexibilität ist jedoch sehr wichtig, um Fehlentscheidungen, die aufgrund des Informationsproblems entstehen, ausbessern zu können. Diese Flexibilität der Bürokratie ist zudem ein wesentlicher Grund, weshalb Staaten Probleme haben, in einer zunehmend komplexeren Welt zu bestehen. Globale Herausforderungen machen kleine politische Einheiten notwendig. Mit der Größe entfernt sich die Bürokratie zudem vom Bürger. Sie wird unübersichtlicher und damit unpersönlicher, wodurch es für den Bürger auch schwieriger wird, Geldverschwendung zu erkennen und jemanden zur Verantwortung zu ziehen. Marquardt und Bargos zufolge laden größere Staaten daher zu mehr Ressourcenverschwendung, Lobbyismus, Korruption, Umverteilung und Subventionskämpfe als kleinere Staaten. Politischer Wettbewerb Der dritten These von Marquardt und Bargos zufolge führen kleinere Staaten zum mehr politischen Wettbewerb. Unbestritten dürfte sein, dass ein Monopolist ineffizient im Umgang mit Ressourcen ist. Der Staat ist davon nicht ausgenommen, ist er doch von Natur aus ein territorialer Gewaltmonopolist. Auf seinem Hoheitsgebiet setzt der Staat mit Zwangsgewalt sich dort als Monopolisten ein, wo er es für richtig hält. Diesem grundsätzlichen Problem kann allerdings mit Kleinstaaterei entgegengewirkt werden, wie Marquardt und Bargos zeigen. Sie argumentieren, dass der Staat seine Bürger durch Auswanderung verliert, wenn er ihr Leben merklich verschlechtert bzw. es anderswo deutlich besser ist. Auswandern ist meistens mit Strapazen verbunden, wie zum Beispiel die Aneidnung einer neuen Sprache und Kultur. Die Auswanderung kostet daher einige Überwindung. Wenn sich allerdings der Zielstaat kulturell und sprachlich kaum vom Heimatland unterscheidet, ist die Auswanderung wahrscheinlicher. Nahe Grenzen erleichtern den Exit, so Marquardt und Bargos. In der Kleinstaaterei fällt es dem Bürger einfacher, sich ein für ihn passendes System auszusuchen. Dadurch entsteht ein politischer Wettbewerb, der negative Aspekte des Staates positiv beeinflusst. Die Staaten sind im politischen Wettbewerb gezwungen, ihren Bürgern gute Angebote zu machen. Nationalstaaten oder gar Supernationalstaaten müssen dies nicht. Freie Geldwirtschaft, Freihandel und freie Privatstädte Der politische Wettbewerb öffnet auch vielen neuen Formen der zwischenmenschlichen Organisation Tür und Tor. Marquardt und Bargos sind davon überzeugt, dass die Kleinstaaterei in letzter Konsequenz auch den freien Privatstädten von Titus Gebel in Europa einen Auftrieb geben wird. Dasselbe kann man für staatenlose Gesellschaften, wie sie Stefan Molyneux vor Schweben, annehmen. Der politische Wettbewerb fördert zudem auch den Freihandel, denn kleinere soziale Einheiten können nicht autark überleben, da notwendige Ressourcen fehlen. Kleinstaaterei benötigt die Staaten dazu, ihre Zölle aufzugeben und den Urzustand des Handelns, den Freihandel, wiederherzustellen. Marquardt und Bargos weisen dabei darauf hin, dass offene Grenzen für Waren, Dienstleistung und Kapital nicht automatisch freie Einwanderung mit sich bringt. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sich die kleinen Staaten sehr gut überlegen, wen sie ins Land lassen, da ihre angestammten, steuerzahlenden Einwohner schnell fliehen können. Es ist auch wahrscheinlich, dass durch die Kleinstaaterei Marktgeld notwendig wird, da der zwischenstaatliche Handel in der Kleinstaaterei eher einheitliche Währung braucht als bei National- und Supernationalstaaten. Zudem ist die Abschaffung des Zwangs-Geldmonopols ein wichtiger Beitrag für mehr Frieden. Krieg und Frieden Die letzte These von Marquardt und Bargos lautet, dass kleine Staaten friedlicher sind. Sie weisen darauf hin, dass die allermeisten Menschen einfach in Ruhe und Frieden leben wollen. Es sind Staaten, die Kriege führen. In der Zeit vor den Zentral- und Nationalstaaten gab es bei Kriegen daher auch kaum zivile Verluste und selten eine Wehrpflicht. Gänzlich ohne Reibung geht das menschliche Miteinander natürlich nicht, wie Marquardt und Bargos feststellen. Allerdings sind die Reibungen kleiner und die Lösungen friedlicher, wenn die Gegensätze der Parteien nicht so groß sind. Man ist eher bereit, gegen Menschen vorzugehen, die einem fremd sind. Die Hemmschwelle zur Gewalt wird geringer, je fremder das Opfer ist. In der Kleinstaaterei sind die Nachbarstaaten kulturell meist sehr ähnlich. Daher ist ein Krieg gegen die Nachbarn in der Kleinstaaterei eher unwahrscheinlich. Des Weiteren haben Despoten auch weniger Mittel zur Verfügung, wenn sie nur über einen kleinen Staat herrschen. Hitler und Lenin hätten nie so viel Schaden anrichten können, hätten sie damals zum Beispiel in der Schweiz begonnen. Kleine Staaten sind im Gegenteil sogar darauf angewiesen, friedlich mit den Nachbarn zu agieren, weil sie es sich nicht anders leisten können, wenn sie nicht wie Nordkorea in der Isolation enden wollen, wie Marquardt und Bargos erläutern. Viele kleine Staaten führen daher zu einer friedlicheren Welt. Verteidigung kleiner Staaten Befürworter von National- und Supernationalstaaten sehen die Argumentation von Marquardt und Bargos oft ein. Sie erkennen, dass kleinere Staaten friedlicher und stabiler, näher beim Bürger sowie weniger bürokratisch, korrupt und verschwenderisch im Umgang mit Geld und Ressourcen sind als größere Staaten. Dennoch befürworten sie große Staaten, da diese sich angeblich besser gegen andere große, aggressive Staaten verteidigen lassen und argumentieren entsprechend, dass alle Vorteile der Kleinstaaterei nichts brächten, wenn man erobert wird. Im letzten Abschnitt ihres Werkes widmen sich Marquardt und Bargos daher diesem Problem. Um sich als kleiner Staat gegen große, aggressive Staaten zu verteidigen, ist es sehr vorteilhaft, Verteidigungsbündnisse einzugehen. Marquardt und Bargos haben keinen Zweifel daran, dass sich kleine Staaten nicht allein gegen große Staaten verteidigen können. Und genau aus dem Grund tun sie gut daran, sich in der Verteidigung zusammenzuschließen. Zudem ist es aus Sicht von Marquardt und Bargos für den Frieden sinnvoller, sich wirtschaftlich statt militärisch anzunähern, um Konflikte vorzubeugen. Daher raten sie auch heutigen Regierungschefs im Umgang mit zum Beispiel Russland zu mehr Freihandel statt Übungsflügen im baltischen Raum und Sanktionen. Zusammenfassung In ihrem Werk »Wir schaffen das alleine« zeigen die beiden Autoren Andreas Marquardt und Philipp Bargos, dass kleine Staaten größeren Staaten in vielerlei Hinsicht überlegen sind. Sie streiten nicht ab, dass auch kleine Staaten viele Probleme wie Subvention, Korruption, Kriege, Zölle, Bürokratie und Steuern mit sich bringen können. Allerdings sinkt die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bzw. das unkontrollierte Wuchern solcher negativen Aspekte, je kleiner die politische Einheit ist. Dies liegt vor allem am Informationsproblem, was keine zentrale Organisation lösen kann und am politischen Wettbewerbsdruck. Kein Staat, sei er auch noch so klein und technologisch entwickelt, kann alle notwendigen Informationen sammeln, die er bräuchte, um alle Interessen aller seiner Bürger optimal aufeinander abzustimmen, da nicht einmal das Individuum über die perfekte Informationslage für seine eigenen, sich selbst betreffenden Entscheidungen verfügt. Dies führt notwendigerweise zu Fehlentscheidungen, welche bei zunehmender Komplexität der sozialen Einheit wahrscheinlicher und gravierender werden. Ein kleinerer Staat hat zudem wahrscheinlich auch eine kleinere Bürokratie und mehr Staaten bedeuten mehr politischen Wettbewerb. Mit diesen und vielen weiteren Aspekten zeigen Marquardt und Bargos, small is beautiful. Europa braucht Sezession und nicht europäische Integration. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.